Heute wieder mit Antonia Okay, tut mir leid Okay, mach nochmal anmoderation, Achtung, let's go Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute wieder mit Nico, der ist mal wieder zu Gast auf meinem Kanal Und wir spielen Scriblio Let's go Ich bin, ich mach jetzt, nehm die Rolle von dir ein Das hast du mir nicht getan Okay, ich auch So, du bist dran Jetzt komm, let's go Mach jetzt Dislike Ist die noch da? Mach jetzt Du bist so ein Arsch Mach Es war doch ein Spaß Sonst kick ich dich per Votekick raus Ja Okay, ich glaub wir starten neu, oder? Nee, komm mal Ich weiß nicht mal, was mein Wort ist Nee, das steht doch oben Schwarz Äh, Sternen Ähm, okay Ich hab keine Ahnung Was? Hä? Wo ist da irgendwas mit Versagen? Was hat der in der Hand? Okay, egal Okay, aber ich mach wieder Jetzt kommt wieder vernünftiges Vernünftiges Zeug Achtung Achtung Ja komm Das ist so Kleinstein Aber stimmt, ein bisschen Ja, stimmt 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 Tatsächlich Aber ist nicht Jetzt ist es Kleinstein Nein, sag mal Diese Beule da Das ist Siehst du nicht, was das hier Das große Ganze ist Das ist ein Arm Ja Und was Ja, genau Das war geteilte treue Mein Begleiter Das war Kleinstein Geteilte treu Stein klein Oh, wir hätten nichts in den Runden machen sollen Oh, immer dein Steak mit dem Knochen drin, ne? Das sieht aus wie ein Mensch Der so vor sich so eine riesen Platte irgendwie trägt Und er hat einen Teufelshorn oder was Also wirklich Ich missinterpretiere da alles, was man missinterpretieren kann Ein Vogel wieder Ja Okay Ah, jetzt erkenne ich Okay, okay Vogel Ähm Nicht Kolibri Aber es beginnt mit O Äh, zweite Buchstu ist O Äh Welcher Vogel hat ein Oh Kolibri Drossel? Ne Ich kenne kaum Vögel Taube Äh Amsel Gusselfing Dusselgur Ja Typisch Ja Typisch Ähm Okay, das ist gut Ne, das ist nicht gut Das ist gut doch Okay Du weißt, für groß und äh, großschreiben ist auch wichtig, ne? War Spaß, ich wollte eine Zeit verschwinden Ahặtée Yes Integration Drosselght Am Dulz E Ezra Bruce Boy Fond ich nicht gut, nicht schlecht. War das ne Zigarette? Ne Diva. Was er in der Hand hält? Ne, ne Peitsche. Wer ist denn? Ne Peitsche? Und das ist ein Arsch, da unten rechts. Du meinst ne Domina und das ist keine Diva. Oh, ja. Ja, aber die... Wie soll man denn da ne Diva meinen? Was ist denn ne Diva überhaupt? Ist doch auch so ne aggressive Frau, oder? Eine dominante Frau, oder nicht Diva? Ne. Es hat geklingelt, warte mal. Ich weiß nicht, ob gerade jemand da ist. Aber auch wenn es das zweite Mal klingelt, geh ich hoch. Ja. Oberkörper frei. Ah ne, ist jemand da. Okay, also was machst du da? Skilift. Ne, Abhang. Ich hänge ab im Abhang. Warum ist das so orange? Oh, das ist doch irgendwie... Intimbereich wieder? Ist das ein Mund? Ma. Ma? Mama. Oh, Close steht da. Oh Gott. Äh. 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 Was? Magma. Ich hab Mama geschrieben. Und zwar M. Close. Magma. Ja, okay. Das kann man auch ein bisschen einfacher machen. So. Jetzt hab ich wieder was unglaublich Einfaches. Wo man sich einfach nur denkt, Junge, warum? Oh, ich glaub, ich kann das gut. Oh, ich hab noch nicht so gute Lippen gemalt. Was ist denn los mit mir heute? Alter, schwer. Ist gut? Richtig gut. Ich bin erstaunt von meiner Malkunst. Sag auch mal, was ein Positives. Ich hab nichts mehr. Bist richtig angepisst, oder? Gar keinen Bock. Daumen hoch dafür. Das ist Regen. Ich hab Giftzwerge wie du damals. Und wie der Friseur? Na, dann bleibt natürlich nur noch dieses Wort hier. Ich sage es aber nicht. Gift vom Zwerg. Ja, komm, ich will da nicht viel malen. Das hab ich doch schon mal. Komm mal. Schau mal, wie der boostet. Der strengt sich an. Der hat 90 Grad Winkel. Überm Mund. Der hat keine Nase mehr. Der Arme. Hä? Nee. Ah. Das passt doch gar nicht. Ah, warte. Einfach mal simpel denken. Oh. Geil. Das ist gut. Aber zu einfach eigentlich. Gut. 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 das ist gut. Krabbenburger Wie geil das in echt schmecken müsste Ein Burger mit Skarnelen Jetzt vier Folgen dann aufgenommen In Folge Ich würde sagen noch mal 20 Das ist kein Cocktail Clown, ne Deine Mutter? Äh, ist wohl offen Nicht eigentlich Ah Mutter Stell dir vor, du befiehlst deine Mutter, dass sie malen muss Mutter mal Mutter mal Oh Gott, wie soll man das denn Das kann man nicht malen Ich probier's Das kann man aber nicht malen Okay, da sagt was Oh, erschrecken Der andere ist tot Na gut, was soll man denn machen? Der hat so viel Angst, dass hier so Wellen sich So eine Druckwelle entsteht So Angst hat er Und die hat so viel Kraft, die Druckwelle, dass hier ein Tsunami entsteht Und dieser Tsunami Da entwickelt sich Lava Das wirst du Das ist zu schwer Wie, wie, wie soll man das Also Zusammenzucken Wie willst du denn zusammenzucken malen? Du kannst ja keine Bewegung malen Immer ein Mensch Es ist immer ein Mensch dabei Aber muss sein Okay Ähm Ja, ich weiß, welche Richtung es geht Aber es ist zu viel Buchstaben Ah Ja Ah Nee Noch besser Ah Nee Huh Nein Haben die Sonnenbrillen? Oder sind die Schleifen? Schleifen Oh, warte Zwilling Ey, nicht Zwillinge Oh Gott, gerade so, gerade so Plural Wortpflanzung Ja, so sieht Wortpflanzung aus Kinder Oh, oh, da müsst ihr mich auslachen Ich habe keine Ahnung Oh mein Gott Ich habe Ich kenne ihn vom Namen Aber oh Oh, jetzt habe ich Ich sage gar nichts mehr Okay, das ist ein Typ mit einem Namen Und das hat unglaublich viele Buchstaben Ich male jetzt Einen tollen Menschen Und ich weiß genau, wie er aussieht Ist das nie mal, oder? Der sah bestimmt so aus Oh, ist das gruselig Ich muss ein Screenshot machen Oh Zahlt das so aus? Der sah selbst so aus Kein Augenbrauen Der hat kein Nasenlauch Ja gut, ja Stimmt Aber der hat nicht mal ein Nasenlauch Oh Gott Der hat ein halbe Der hat einen Griff an seinem Kopf Oh, die Antonia führt sogar knapp Eine Schande Oh, was das denn für ein ewig langes Wort schon wieder Das ist ja wirklich viel zu lang Hey, das kannst du ja nicht checken Es ist auf jeden Fall ein Auto Ah, ich hab's Wenn das es ist, dann bin ich der Gott Ich bin der Gott Wow Einfach, weil es so lang ist Einfach nur Auto und langes Wort Ja Ah, toll Jetzt wird es nicht dran halten Ich bin der Gott Ich bin der Gott Hier Ja, okay So, jetzt kommen wir, glaube ich, die Letzte Mhm Nee, vorletzte Nein, man kann es fehlen, oder? Boah Weiß nicht Gut schon Nee, ja doch Okay Vorletzte Ich führe wie Nee, ich führe nicht Warte Nee Ganz knapp 15 Punkte Unterschied Oh Gott, oh Gott Oh, das ist doch schon wie ein Tier Beluga Schnauze Mund Sprechen Spucken Loll Okay Wer spuckt denn in Strahlen? Na gut Oh, das ist nice Da kann man, glaube ich, lustige Sachen machen Ähm Aber eigentlich unmöglich zu zeichnen, wenn es streng nimmt Warum ist da eine Wand zwischen den beiden Ja, das ist gut Komm mal jetzt hier an Das ist ein Spiegel Was ist ein Spiegel? Ich weiß nicht, ob es irgendwie hilft, aber soll es sein, ja Ja, das ist schon scheinlich schwer Eigentlich hätte man es auch mit geometrischen Sachen machen können Barallel Barallel Barall So Äh, jetzt letzte Runde Fünf Buchstaben Okay, ja Ja, das war wirklich ein sehr schweres Wort Ja Ich führe wieder Haus hoch Sehr gut Ui Also wenn ich jetzt Assi wäre, könnte ich erzählen, was du garantiert nicht erredst Mach ich auch Du wirst es vielleicht erkennen, aber die haben das hier komisch geschrieben Na, Rüssel Oh Gott, wie Oh, ich weiß doch gar nicht, wie der aussieht Ach du Scheiße Ich habe noch gar nicht gesehen, was das ist Was ist denn das für ein Typ? Oh, das sieht aber nice aus Das sieht aus wie Warum ist der pink? Das sieht aus wie wenn wir voll dansen Warum ist der dansen aber an pink? Ey, die sind schon mal die Beine so verdreht Der macht Breakdance Hat Nippel Der hat hier so was Gelbes auf jeden Fall Der ist oberkörperfrei Boah, nice Ah, wichtig, wichtig Hier, wichtig Er hat einen Schwarz Jupp Und gelbe Sachen im Gesicht Und einen Pink Ja Warum hat der Nippel Warum hat der Brustwarzen Warum hat der Brustwarzen Stopp, stopp Warte Ich habe gerade so gelacht Ich habe gerade fast in meine Hose geschissen Ich musste die zurückziehen Die ist gerade ein Stück raus Obwohl ich von gekackt habe Okay Das war es für das Video Macht's gut Und ciao